Selbstwirksamkeit ist im Prinzip die Einschätzung der eigenen Kompetenz, etwas umsetzen zu können. Selbstwirksames Denken oder Handeln erlernen wir bereits als Kind. Zum Beispiel durch eigene Erfolgserlebnisse oder durch erfolgreich handelnde Vorbilder. Verhaltensforscher sagen, Kinder sollten schon früh lernen, dass sie trotz Einschränkungen selbst viel bewirken können. Warum? Menschen beginnen in den meisten Fällen eine Handlung nur dann, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie sie auch erfolgreich ausführen. Ohne Selbstwirksamkeitswahrnehmung fehlt uns diese Überzeugung und Intentionen werden nicht zu Handlungen.